Cool. Wir sind live und eher? Ja, nice. Ich mach schon mal auf Start. Wir machen SMS-Stream. Hey. Wir sind aufbereit. Sekunde. Okay. Hab ich gesehen. Bist du aufbereit? Sofort. 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 Wie bitte? Ja. Hallo. Sofort. 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 So. Jetzt wollen wir nochmal starten. Keine Ässe mehr, ne? Nein, keine Ässe mehr. Die Jay, danke für den 19. Aber halt die Fresse. Vielen lieben Dank und Moin Moin. CPTCLA-Bär, 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 Jains 2, Pies 1, Jains 2, Belogo. Was? Vielen lieben Dank für den 19. Wie geht's? Das Tech-Team ist wieder unterwegs. Genau. Das Killer-Team des Grauens, Junge. Wir machen sie alle frisch. Wir werden siegen. Das ist ein Riesen-Hämmer, Alter. Das ist halt irgendwie falsch im Jahr. Das ist so prümmelnd. Das ist ja nicht so. Das geht uns, geht's gut. Ja. Wo stecken wir aus? Wir sind gerade beim Mädels-Doc im Wartezimmer. Oha, Alter. Und du Ärmster. Frauenarzt, Alter. Neues Rap-Video aufnehmen. Los geht's, Hoppy, Hoppy. So, wir springen raus. In 3, 2, 1. Hoppy. Let's go. Mal schauen. Wir bedanken ja auch. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Oha, da kommen wir herunter. Hm. Direkt Besuch bei mir hier vorne. Wir haben nichts drin, der Bruder, oder? Was runter bei uns, oder? Ich hab nichts gehört. Nicht? Nein. Hm, hm. Ich hab schon alles, was ich brauche. Biene, viel Spaß beim Einkaufen. Folge Wien nochmal, moin. Hi, Bienchen. Ciao, Bienchen. Romantischer wird's halt auch nicht mehr. Ja, ich würde ja sagen, viel Spaß. Aber ich weiß, wie hässlich sowas ist. Ich nicht, war noch nie beim Frauenarzt. Ja. Männer stellen sich das mal ein bisschen anders vor. Ey, wieso stellen wir uns das denn vor, bitte? Ja, als wäre das irgendwas Cooles, oder Schönes, woraus sich die drauf treut, oder so. Hä, wer denkt denn sowas, Alter? Ja, viele. Ja. Wollte ich sagen? Auf gar keinen Fall, Alter. Denkt ja sowas, aber jetzt mal ohne Witz. Ja, weiß ich nicht. Hä? Die Dauerjizzer. Keine Ahnung. Die Dauerjizzer. Meinst du Fraktion Elfwein? Ey. Was hast du jetzt gesagt? Hast du noch ein Fass? Mhm. Auch noch ein bisschen mehr. Kann man das auch zerkloppen hier? Ah, denkt ihr noch nichts? Nö, macht nix. Ich hab nicht gesagt, äh, dass jedermann so denkt, aber es gibt viele, die so denken. Das war jetzt auch gar nicht auf alle bezogen. Ich will hier nicht gerade gecancelt werden. Natürlich. Nee, ich sag ja, also, also, ich hab da nie gehört, dass ein Mann so denkt, Alter, dass die Frau da Spaß daran hat oder irgendwas. Da hinten ist einer. Da ist jemand, oder? Ich hab ihn nicht gesehen, jetzt hat er nen Hit. Links rüber gelaufen. Bisschen vor? Ja, ich komm mit. Schön. Unten ist er, hier unten. Hab ich ihn noch. Warum, du Bastard? Ich muss an Scheiß. Oben links. Alter, das warst du da, hast du unten nachgeladen, ne? Äh? Hast du was nachgeladen gerade? Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Mensch. Bis später, DJ-in. Ja, bis später. Viel Spaß wünsch ich. Jetzt seid doch mal nicht so. Meine Güte, hier darf man aber auch wieder nichts sagen. Ich hab Pizza. Ja. Hast du Pizza? es gab sie ja es gab sie das korrekt so ist es mit schmerzen mit dem du spielst ja ich danke ich wollte nur die kiste aufmachen ist das offen ja danke nimm dir die muni jetzt kommen wir sind weg wir müssen weg aus der bude hier also ein kumpel ist da nicht gewesen die zwillinge davon nicht sagen darauf hätte ich eine gute antwort du hast du klar hast du hallo wochen jungen 100 prozent es ist bekommen ist das bodenlos ein schuss nur alter für das ding hier sieben schuss ich mag die dmr eigentlich fast lieber aber die skolten nehme ich jetzt mit ist schon geil mir egal auch vor ich laufe hinterher frau sieht richtig schick aus mir ja danke weiß warum ich den schal genommen habe ich hatte vor diesen fisch diesen fetten ich weiß dass die box bei dem größer ist weil ich nur weggerotzt wurde wir haben schon mal ein bisschen gespielt hat früh irgendwie nur weggemacht das ist gar nicht als frau ist in diesen möglichkeit weggemacht zu werden natürlich höher bodenlos ich weiß da sehen wir uns dann ja ach hier die patronen weiter unten soll ich die rot einer ich hab ohne wieder und zu hin auf dem baum sehr schön ich mag bäume ich wollte gar nicht hier ganz toll hier und verschwürt runter und nein das gibt ja schaden ja dann guck mal bitte wie viel hp ich hab also ehrlich ne du bist ja eh gelauft wirklich wirklich wow ok du brauchst live wir müssen die live besorgen das habe ich nicht gecheckt schau mal das ding da ein was für ein ding die münze siehst du die nicht die münze im wasser ist die bei dir nicht ne bei mir ist keine münze im wasser ok dann hast du dich schon ja dann hast du dich äh hast du dich wieder ohne mich aufgehoben stimmt gar nicht da ist noch eine pizza hier gibt es wieder die bots und den den tresor und den shit ne wollen wir die flagge holen kann man ja der fisch sah echt aus wie eine maschine ich finde ihn auch besser auf jeden fall eine maschine ich renne hier mal ne runde dann kann ich nämlich nicht getroffen werden schüsse von da hinten von 60 so brauchen wir noch irgendwas Ich habe mir nur das Sturmgewehr genommen. Scheiße. Nice. Wir verpissen uns, oder? Der nächste, wir faul abkommt. Das sind aber richtige Gegner. Das sind ja doch richtige Gegner. Oder? Die haben doch einen Ausruferzeichen auf dem Kopf. Ja, jetzt sehe ich es. Nicht so mal. Was bist du heute so? Ja, nicht so, alles gut. Und wir können los. Let's go. Da ist noch eine Truhe da hinten. Oh, da sind Schüsse von da hinten. Gut, Munition noch einsammeln hier. Let's go. 400 Pistolenschüsse, das reicht doch. Wo ist die Action da hinten? Oh, überall, Alter, schießt's ja, ne? Hm. Komplett um uns herum, Alter. Komm mal hoch, High Ground holen. Der Pilz hier vorne. Vielleicht ist das auch ein Pilz. Ja, ist gut, glaube ich. Hier vorne ist die Action. Oben auf dem Berg drauf, wahrscheinlich. Da können wir doch noch ein Nashi machen. Oh, die schießen hier rüber. Da läuft doch schon. Da ist keiner mehr. Hä? Ist er doch nicht hier oben? Ich finde niemanden da. Ich gucke mal eben auf den Berg. Dann warte auf mich. Hier ist keiner. Keiner oben. Nee. Hä? Der muss doch weiter weggeschossen haben. Der muss ja hier hinten irgendwo sein. Da war immer einer hier, 100 pro. Hm. Die sind wo war der? Wenn wir nicht, holen wir uns erst mal das Teil hier. Da war doch dieses, ähm... Hä? Okay. Ich weiß nicht, was du meinst gerade, ne? Ach, das Ding hier. Das dauert auch, bis es drauf geht, ne? Hm. So, und, ne? Ja. Da ist doch, wo du willst. Ist gut. Na klar, lass mich wegholen. Na klar. Easy. Gar kein Problem. Ja, Frog. Er hat sich Bock. Ich habe Bock, aber ich habe Bock auf jeden Fall. Alles um ihn wegzudissen heute. Stopp, geil. Ich bin das gewohnt. Ey, wow. Das ist ja nicht sowas, sonst schubst ich dich hier runter. So, ist ja fertig, das Ding. Okay, Licht hat das da. Ey, lauf du zuerst drüber. Ja, ich habe nur geguckt. Aber irgendwie. Nimm doch da. Das tut kein Nimoni mit, ne? Du bist da. Wirklich. Schrecklich. Was sind die ganzen Gegners, Alter? Da sind nur noch 16 Leute, ne? Ja. Stark dezimiert worden, die Scheiße. Lass mal hier rüber. Wie sind die so schnell so wenig geworden? Auto? Oder? Flüsse? Von der Insel oben? Zune kommt irgendwie keiner mit. Nein, sieht nicht so aus. Unten auch nicht. Irgendwie kommt da nichts, ne? Irgendwie ziemlich lame. Yep. Ey, ist die Insel wieder weg? Ne. Schön, sagen wir ja. Was runtergefallen. Ist ein bisschen okay, aber das ist ja nicht, ja. Also, so schaut's aus. Platz sehen noch. Hm. Boah, ich stehe hier ziemlich offen, ne? Ja, wir können auch, ähm, ja gut. Wir müssen eh in die Zone. Ja, können wir direkt. Einfach mal straight. Straight in die Zone und auf geht's. Was machst du denn? Oh nein. Hast du gesprungen? Na, die machen keinen Schaden. Wenn du da einmal drauf gehst, machen die keinen Damage. Ja, das dachte ich eben nämlich auch. Aber irgendwie. Wir haben geschossen hier irgendwo. Drüben auf dem Dach vielleicht. Oh, das ist immer noch oben. Ich sehe da keinen. Was sind die denn, Alter? Zwölf noch. Hm, hier war noch irgendwo Schuss. Wo bin ich denn? Ja, das ist immer noch ein Pils. Okay, hier seid ihr wegplockiert. Hm. Ohne kommt auf jeden Fall. Was ist los? Es geht mir fast nicht um den Piss, ne? Hinter uns hat es geschossen irgendwo. Was geht auf den Piss? Dass wir keine Gegner sehen. Die werden schon gleich kommen, keine Sorgen. Die werden schon gleich kommen. Es sind nur noch neun. Da liegt noch ein Haufen Loot hier vorne. Oh, nicht richtig viel Loot hier unten. Was sind die denn alle? Schwer Steps. Da unten. Bei dem Loot ist einer. Da unten. Den grünen zuerst. Los. Wer ist denn grünen? Ich hab hier schon jetzt mal von euch weg sein. Vorsicht. Irgendwer anders schießt auf uns. Ja, von Dingens. Von der Insel oben? Okay. Wir müssen weiter, ne? Wir müssen weiter, wir müssen weiter. Ja, ähm. Chill doch mal kurz. So, bitte. Wir können. Ja. Ja, ich bin gleich da rum. Rutschen. Ja, mach. Rutschen, mach. Hier runter kann man nicht, ne? Wir müssen in eine andere Richtung. Zone kommt. Scheiße, wir müssen hier runter, ne? Pils. Schaffst du's noch? Naja. Hab ich den Griff nehmen sollen. Nehmen wir den Pils hier vorne. Wops. Das war ne keine gute Idee, glaub ich. Das war, glaub ich, keine gute Idee. Na gut, ja, geht trotzdem. Come on, Alter. Komm ja nicht hoch. Junge. Ja, komm doch hier links lang. Ich fahr weg. Ach, komm, Alter. Echt jetzt? Fuck, oh, er ist mir tot. Wieso? Weil ich in die falsche Richtung gelaufen bin. Ach, schön. Ich will keiner zu dir kriechen, aber ich glaub, das schaff ich nicht mehr. Ah, hätt ich leicht kriechen müssen. Ach, Mann, Alter. Hackt mich das ab, sowas. Oh, mein Gott. Oh, Alter. Das ist nicht der im Ernst. Fremd, fuma, moin. Ich schmutz, moin. Boah, ist das ätzend, Junge. Wo ist denn fuma? Äh, zifix, meine Entschuldigung. Falsch gelesen, sorry. Falsch gelesen. So ein Scheiß, Alter. Oh, das kotzt mich richtig an, ne? Ich kann da nix zu sagen. Ich weiß nicht, wo lang du begangen bist. Ja, rechts rum. Ich bin einfach rechts rumgelaufen. Auf jeden Fall nicht die richtige Entscheidung. Hört sich aber gut an. Ja, wir sind aber besser als das. Ich will jetzt fast behaupten. Das können wir auf jeden Fall besser. Oder? Weiß ich jetzt nicht. Hä? Hab ich so das? Das weißt du. Das hab ich so, was du meinst. Nein, das weißt du. Wo den wollen wir? Dann such du was aus. Nein, auf gar keinen Fall. Der hat sehr gut geschmeckt. Ich fand das mit dem Zimt auch super. Ich hab mir jetzt noch ein Ingwertier aufgekocht. Lass den Kot ein bisschen ziehen. Mal gucken. Er hilft auf jeden Fall gut. Aber ich hab auch wieder Halsschmerzen, muss ich sagen. Hat aber gestern sehr gut geholfen. Lass mal hier. Wo? Ich kennst du zu. Ah, hinten. Das schaff ich niemals. Das schaffst du? Wieso solltest du das nicht schaffen? Das sind 1700 Meter. Wie soll ich denn da hinkommen? Das wird nix. Wieso bist du der Einzige, der das nicht schafft? Ich bin nicht der Einzige, der es nicht schafft. Das schaffen alle nicht. Ist klar. Man muss jetzt den Fallschirm aufmachen. Dann geht's vielleicht. War heute übelst lange, bis ich da bin, ne? Bist du der Einzige, der fliegt? Hä? Hä? Was? Tust du mal so, als wärst du der Einzige, der da gerade hinfliegt? Nein, ich bin der Einzige, der versucht, da hinzukommen. Aber das ist überall weg. Ja, du bist der Einzige, ich fliege nur so. Hä? Was laufest du? Ja, was laufest du denn? Bist du dumm oder was? Was redest du? Ich weiß nicht, das ist echt nicht. Nein. Jetzt kann ich doch noch ein bisschen fallen, guck mal. Da warten bist du noch. Manchmal fehlen mir einfach die Worte. Ja, die Worte. Du hast es selber gerade so geschafft. Nee, du bist der Einzige, der das geschürft hat. Oder versucht hat zu schürfen. Oh, hat das in der Klappe. Ja, mach das mal verschmitzt. Also, ich mag Zimts, ja. Kam gut. Und Ingwer zusammen. Hoch in den Tempel, also wieder Bots. Oh, hier kann man was einnehmen, sehr gut. Nee, zanken hier. André, jawohl, das ist gut. Nee, zanken nicht. Wir prügelen uns nicht direkt. Ja, richtig. Gibt es direkt aus Fressbrett? Jo. Direkt auf die Schnauze. Das ist normal. Das machen wir immer so. Ja. Ja. Okay, 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 okay. Lila Pumpen sind hier noch am Stüssel. Mhm. Hey, Staubsauger hat hier alles schon ein Stück. Überhaupt nicht. Das sind sogar drei Pumpen. Ja, genau. Da ist ja bodenlos, Alter, wirklich. Ich staubs auch rein, Mann. Ich kann ja von Drehers. Komm her, du. Komm her. So, jetzt gehören wir jetzt das Mini-Packen mit hier. So, hier sind noch wenigstens viele Truhen drin, ne? Oh, Pizza. Ich hab Pizza. Pizza, Pizza. Die hab ich auch gefunden. Gut, dann ess deine eigene Pizza jetzt. Das ist nämlich meine jetzt hier. Nö. Oh. Oh, ich bin einfach der Kinderschlag-Ding, Alter. Du bist mir immer noch enttödig von vorhin, ja. Stimmt gar nicht. Ich hab nichts getan. Nee. Äh, sie ist die Pizza voll alleine. Du hattest voll live. Ich hab's heul. Ich hab's auf Flennen jetzt hier. Es reicht. Ich hab's hier heute, ja. Es reicht wieder. Alarm. Hier oben ist ja auch noch was. Wo ist sie drüber? Wo ist sie? Hä? Und? Keine Ahnung, wo die Kisten sind, Alter. Ich check das null, ne? Ist dumm, die Kisten zu finden. Was haben wir hier? DMR. Oh, nice. Das nehm ich. DMR ist meins. Meins, 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 meins. Da geht's noch höher. Das war der Fehler im System. Da ist auch noch eine Kiste. Alter, ist das Gebäude groß, ne? Mhm. Übelst riesig. Wie, blau. Ja gut, hier haben wir grüne. Noch mal tauschen. So. Da sind auch irgendwie zu viele Waffen drin in der Bude. Das ist echt ergiebig hier, die Hütte. Ich geh ganz nach oben. Noch eine Pumpe. Alter, wie geht's noch höher? Holy shit. Krass. Mitnehmen, 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 mitnehmen. Gehen wir noch mal nach oben. Hier sind zwei Kisten. Nice. Munition für alle. Und ein Schlüssel. Wir haben auch Schlüssel abgestoppt. Perfekt. Ja, würde ich auch sagen. Wo war wir hin? Also ich habe alles, was ich brauche, theoretisch. Jo. Aber gehst du den unkonventionellen Weg? Ja. Ja, von mir aus können wir weiter. Ja, können wir machen. Oh, lila... Achso, lila pappet schon. Schön, die Stufen runterrutschen hier auf die Knie, Junge. Das ist immer gut. Geil. Du hast eine super Idee. Ja. Ja. Läuft schon woanders rum. Ich mache schon mal einen Alleingang hier. Mach doch gar nichts. Gefläßige Laufmaschinen. Ah, da sind die Kniescheiben mir schon im Arsch hier. Mein Abort hat sich hochgeblasen hier. Ich wollte es gerade nicht sagen. Bücken kann sie. Einfach hochgelutscht. Ja, rutsch auf die Straße rum, Junge. Richtige Straßenmädchen. Vielleicht brennt es. Ich kann das auch. Ich bin auf dem Schotterweg, Junge. Mal her. Geübte Kniescheiben, das sag ich dir. Und wir können aber die Dings auch nicht ändern. Nein, 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 nein. So, was sind wir schon? Easy. Wir sind halt maximal unauffällig, wenn wir das nehmen. Ja, wir sind richtig unauffällig. Brauchst du noch was? No. Na gut, dann ist weiter. Bettiges Moly, moin moin. Was geht ab? Bist du schon fertig mit Streamen, oder was? Hallo. Ich glaube schon, du ziehst wieder durch bis heute Abend. Ich hab nämlich so geschossen, ne? Nö. Wir haben auch noch keinen Gegner gesehen. Das find ich auch wieder echt toll. Bistige lame Runde. Einmal hängelig für drei Stunden oder so. Ja, glaube ich. Ja, so früh ist ja auch auf dem Map, ist aber nichts los, Alter. Das ist ja nichts. Wohin? Nee, ich wollte jetzt nicht auf die Insel. Nee, ich auch nicht. Wegen, das ist dieses Scheiße. Brauch ich jetzt nicht. Und rutschen, Junge. Rutschen. Hab ich da vorne jemanden gesehen? Wo? Ich glaub, das war ein Schmetterling. Oh ja. Da können wir auch Schmetterlinge töten. Oh, jetzt brauchen wir zu springen, Alter. Das ist ja richtig hartstreck. Da vorne wird geschossen, da hinten. Ich hab jetzt die Flagge auch nicht angenommen, nix. Muss mal weiter gewesen sein. Weiß nicht, wo das war. Da hinten. Da sind zwei. Mhm. Weg. Was ist da drüben? Was ist da drüben. What? Ich nehme Pizza, Alter. Die ist noch warm. Die ist noch warm. Da müssen wir runter. Ja, da vorne. Gehen wir doch mal los, oder? Ja, will ich los sagen. Hallo, mein Freund. Moment. Der ist rechtsüber, ne? Der ist ja in der Insel. Da komme ich hier nicht hoch. Vorsichtig. Boah, ich habe alle mal gut was weg hier. Ich sehe den nicht, Mann. Ich bin zu weit weg. Ist genockt, oder das Schild ist weg. Ich muss ein bisschen weiter vor. Das wird aber auch gleich. Ach, Scheiße. Der Linke ist fast down. Ja. Oh no. Äh, ich liege. Ja, ich bin da hin. Da nehm ist es. Das ist es für mich. Das ist ein bisschen. Ja, ich bin da. Ich bin da. Die Institution. Ich bin da. Aber. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ach komm, du Fotze, Alter. Ich lebe doch im Arsch. Mann, 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 Mann. Läuft wieder richtig gut hier. Läuft wieder richtig klasse. Ja, ich bin in der Lobby. Warum läuft mir das so beschissen schon? Das gibt es doch gar nicht. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Wieso steht bei dir sitzt aus? Hast du schon wieder gedrückt? Nichts gezuckt. Wieso steht sitzt aus? Jetzt nicht mehr. Ist das eine Rauchung, oder was? Ja, wäre ganz cool. Gut, mal kurz Raucherpäusche. Ich gehe kurz kacken. Bis gleich. Perfekt. Okay. Bis gleich. tsunami. Vielen Dank. 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 Ich bin wieder am Start. Ich weiß, was ich dagegen setzen kann. Ich habe auch nicht so viel, ne? Naja, so richtig nicht. Ja, Anime, guck mal her. Ein Comic-Viel. Warte. Das habe ich jetzt noch. Ei, ei, ei. Ach du meine Güte. Was soll ich dir sagen? Das ist vieles. Let's go. Ja, das sind aber die wenigsten, die sich das dann angucken. Die meisten kommen immer nur bei der PS. Das ist aber so. Ja, das ist richtig. Zurzeit haben wir auch im RP immer so um die 100. Und jetzt haben wir 17 Leute zurück. Naja, ja, ich weiß. Schon krass. Alle RP verseucht. Soll ich so. Guck dir das mal an. Das ist mal eine Pickaxe. Wie geil ist das sein? Mit sowas habe ich auch. Ich finde das mega nice. Mit einer Hantel. Warst du eine Gitarre auf dem Rücken? Ja. Nukulele. Nukulele. Nukulala. So, wo gehen wir denn hin? Wo und ratz uns denn? Wohin wollen wir? Oh, ein bisschen Trouble oder? Ja, ist egal. Trouble, Trouble. Mir wurscht. Ja, komm. Gehen wir fancy fields. Fancy oder fancy? Fancy. Fancy fields. Ja, RP ist ja auch lustig und schön und so, aber die Leute verstehen halt nicht, dass der Streamer an sich auch mal was anderes machen möchte. Achso. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Oha, ich komme auf gar keinen Fall bis hin. Ich bin viel zu weit runter gesprungen. Ach du Kacke. Ich sehe dich da vorne, da kommt doch mal ein R mit hier runter. Oh scheiße, keine Knarre. Oh, schlecht. Ich komme auch mal zu den Gebäuden, ja? Ja. Ich bin voll im Arsch. Hier ist eine Waffe. Ich habe ein Schwerter. Alles gut. Da ist doch schon eine Knarre. Da ist eine Knifte. Hier ist schon ein Gegner. Da vorne. Hat er was für mich gesammelt? Hat er. Hier ist nichts drin, ja klar. Nichts drin in der Scheune hier? Hier ist was für dich auf jeden Fall. Oh nice. Sehr gut. Und? Let's go. Let's frack some party. Ey, ich hätte gerne eine Pumpe oder so, weil ich habe nur eine Waffe. Ach, hier ist eine Pumpe. Okay. Hier ist noch eine Tasche. Hier ist noch ein großes Schildchen. Wo? Hier. Wo sind die Gegners? Weiß ich nicht. Ich habe eine Tote Sprung geläuft bei dir. Perfekt. Ja. Versuch wir kommen her. Warte. Okay. Okay, let's go. Okay, was ich machen? Oder? Ja, lasst du mal vor. Hier liegt noch eine Pizza. Pizza, Pizza. Wo sind die kleinen Wichsers? Oh, so ein Rackett-Rambock hier. Hm, ist irgendwie kane. Schön, bisher schon. Tote Hose. Gesundheit schon, bisher schon. Das habe ich genießt. Hast du genießt? Ich habe nicht genießt. Hast du gehustet? Nee. Nichts dergleichen. Da vorne geschossen. Ich bin verwirrt. Gerolpst, achso. Gerolpst habe ich schon. Ja, das kann vorkommen durchaus, ja. Das passiert öfter mal. Sehr oft hintereinander, ja. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Steamy Springs sind wir jetzt hier. Mhm. Bei der Parnass. Einmal ein Mattelauge zum Mitnehmen, Junge. Ja, die waren hier, glaube ich, auch irgendwo. Oder sind hier immer noch. Hä? Hier wird die ganze Geschosse, aber ich weiß nicht von wo. Ja, das habe ich von dir. Hä? Ja, ja, klar. Hä? Na klar, das ist was von mir. Na klar. Na klar. Da kommt irgendwer. Mhm. Das ist lieber hier links. Mhm. Mhm. Hier schießt halt irgendwer rum. Nein. Nein. Aha. Ach, weiter weg. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Da unten. Deine Läufer. Das sind zwei. Hinterher. Oder? Oh, der, ja, guck. Schuss drauf. Bin ich getroffen. Schon versemmelt. Ja, jedenfalls wissen sie, dass wir jetzt kommen. Ist schon mal gut. Links, 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 links. Alter, die schießen gut, die schießen gut, die schießen gut. Oh. Oh, da bin ich. Hop in, hop in, hop in, hop in. Die nimm ich da mit, du hast schon in den Busch gesessen, der kleine Scheißer, ne? Dieser blöde Wichser, hier ist noch ne lila Pumpe für dich, boah dieses Huhn, ne? Da lila Pumpe. Ne, mag ich nicht. Hä? Wo nehme ich die? Ich hab die Tiere, ist echt so. Ist ein Nutztier, krieg ich wieder ein Supportgespräch für. Das wird wieder Supportgespräch. Da hinten läuft einer. Da ganz hinten an der Schlange. Können wir uns darauf einigen, dass wir uns die, also dass wir erstmal näher gehen? Ja. Gut. Darf ich dann mit dem Ballon oben, ziehst du den Motor weg? Hä? Hä? Wir sind hier. Direkt vor uns. Ach, come on ey. Nee. Dann wird er wieder da. Ah, Alter. Er übertreibt richtig. Mal fall doch um, du Fotze! Du bist so ein Wichser, Junge, wirklich. Ei, 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 ei. Hier kann man doch so nen Dreck spielen. Wenn dir's nicht gefällt, dann geh doch einfach nach dem Stream gucken, Alter. Ganz einfache Lösung. Dann kannst du in Anhaltsschätzung so nen Scheiß reinschreiben und nicht bei mir. Tschüss. So. Naul das jetzt runde. Außer meister, wie kann man nur so einen Dreck spielen? Beste mal, wenn man öfter zur Schule gegangen wäre. Hier ist doch scheißegal. So was würde ich komplett scheißen. Der folgt dir noch nicht mal von daher. Nee. Nee, jetzt die Jünger sind jedes Mal, aber das stimmt, dass es so war. Das stimmt schon. Das Ding ist, jeder kann so seine Meinung haben. Ist auch gar kein Problem, aber... Muss man sie äußern? Nö. Die Frage ist halt, wen juckt so. Juckt halt gar nicht. Einmal drauf gedischt. Ja so. Und gehen wir. Haben wir schon markiert? Ja, ja, okay, ausgelaufen. Ich seh's. Ich kann sie sehen. Let's go. Ja. Aus, aus, um. Alles gut. Sorgt Tilzu gar nicht bei Amodo? Ich seh dich immer noch bei Amodo. Ich geh in meine Pappen heimer, ich seh euch alle, manchmal fühl ich mich wie so'n Stalker. Was ist denn Stalker? Ja gut, ich bin Stalker, ich mag's was sagen. Oh Junge, ich komm da nicht rüber, das gibt's ja nicht. Was hast du schon wieder in die Hütte ein? Naja, hier ist aber gar nichts. Ich brauch das nicht, ne? Hier ist nur Kacka. Ich krieg' den Sonnen raus. Was ist denn mit der mehr? Schöne Pumpe. Oh ne blaue Kiste, nice. Aber die sind immer random, die blauen Kisten, ne? Ja. Hier ist noch ne lila Pumpe. Ich komm. Ach, jetzt hat er das nicht getrunken, Alter. Warte, geb ich dir gleich, hab ich eine Tasche. So, hier, komm. Da, zack. Danke. Lass ich die noch. So. Kann man los, Krieg machen, komm. Weg machen. Jetzt läuft's ja wieder alles. Lass dich kaputt schlagen. Ich nicht. Nein. Ähm. Oh, was ist das hier? Hm. Nehm ich mit. Nehm ich mit. Nehm ich mit. F***. sehr gut wie da kannst du die haben ja hab ich schon sind hier keiner gelandet wollen wir in Richtung Fancy Fields ist das Fancy oder Frenzy bei dir sind es Fancy Fields bei mir sind es Fancy du könntest ja eigentlich nur einen Schilzfang gönnen hier ne ist noch einer da wo ich hab noch einige mit warte ich komm ich gucke mit Kruppeln aber let's go Ich hoffe man hat meinen Magen nicht. Der knurrt die ganze Zeit und ich weiß nicht wieso. Ich habe noch nichts gehört. Das ist gut. 25 Zuschauer, wir steigern uns wieder ein bisschen. Läuft doch. Ja krass, du hast Runde Rasenmähen, guck mal. Hast du den richtigen Loot abgekriegt? Ja, danke. Vielen Dank. Erstmal Runde Rasenmähen hier, schön. Erstmal Runde Rasenmähen. Hier noch eine Kiste, hier ist noch eine. Jep. Eine MP. Mit Zielfällenrohr. Wann musst du denn her kaputt klappen? Reichen Strauben. Was ist da oben? So. Das habe ich schon alles. Komm weiter, fraggen, komm. Wir müssen jetzt mal was erledigen hier. Ich seh da niemanden, Alter. Da, rechts von uns. Den Schwarzen zuerst. Jetzt den Helm. Oh, wo seid ihr Wichser? Ey, die kleine Arschlöcher. Der Erster ist down. Der Zweite ist auch fast down. Der ist down. Weitere weg. Nice. Das war ja nicht so eine tolle Vorstellung hier. So. Alles einsammeln. Schlüssel haben die auch noch dabei gehabt. Sehr schön. Da liegen noch Waffen vorne beim Dings. Was ist denn hier schon jetzt? Komm, du hast ein blauer für dich. Sehr schön. Ach, die ist einfach so geplatzt. Die andere hat geschrien. So. Kannst du was aufwerten, oder was? Mhm. Haben wir aufgewertet. Ich habe über tausend von den Dingern gehabt. Lass mal mit dem Auto fahren. Echt? Ich versuch's mal. Echt jetzt hinten. Das wird nix. Das. Och du Scheiße. Okay, die Lenkung ist verdreht bei mir. Lass mich fahren. Lass mich fahren. Lass mich fahren stark aus. Wie ist die Lenkung denn andersrum bei mir? Wohin soll's gehen? Äh. Lass mal richten. Steamy Springs. Du Scheiße. Ist das Ding langsam auch, du Kerkel. Richtig lahm, ne? Ja. Aber Hauptsache das ist so ein Moppet-Geräusch, weißt du? Ja. Lass mich mal Shift drücken, da wird's schneller. Oder das wird rausgehen. Ja, das wird's auch ein bisschen schneller. Guck mal, ich kann sogar Drive-By machen. Ja, Drive-By. Wir sind in der Sucht, ja? Die Tasse tut Halt rum? Ne, die spielt mit Controller. Ja, ich bin mit Controller. Boah! Den hab ich dir weggezockt. Den hast du nicht gekriegt. Schwimmen, schwimmen, einfach schwimmen. So, da ist noch ne Truhe, die nehmen wir auch noch mit. Wollt auch kommen. Zack, easy. Hier liegt auch bei Philo. Wo? Oh, hier ist ein Gegner. Wo denn, wo denn? Hier neben uns. Auf der Seilbahn. Uh! Der andere schießt schon, der andere schießt auf uns. Deckung suchen. Oh, der hat gelitten. Der ist geplatzt, Alter. Hoppala. So ein Wichser. Hahaha. Der ist direkt geplatzt, der Johnny. Hallöchen, Loot. Die Frosch, Alter. Scharfschutz wieder weg, Scope, das Mist viel. Was für Zöpfe? Ich wollte den Grazöpfer hier in den Frosch weghauen. Zöpfe, Alter. Ne, ich meinte volles Aussage. Hm. Wieso denn da zwei Fick ich? Ja, Fick mich, Zöpfe, Junge. Einfach so. Einfach so. Einfach so. Nur die, die du halt für ein Battle fast so normal kriegst, pro Level. Deckungs pro Level kannst du ja mal einen holen oder so. Die spielst ja automatisch frei. Da waren jetzt ein paar dabei. Hab ich da was gesehen gerade? Hm. Ich weiß nicht, ja, ne. Äh, irgendwie nicht. Ich spiel mal zusammen mit Freunden mehr Spaß, ihr guckt ins Service. Jawohl, läuft. Läuft, läuft. Jetzt rennen wir schon wieder im Kreis. Ja, wieso rennst du mir denn hinterher? Ja, weil wir zusammen bleiben sollen doch nicht. Der zynisch im nichts gelangte Kopf fehlt mir, ja? Ja, da geht die Ass durch, Alter. Wollen wir was durch dir sagen. Da geht die Ass einfach lame. Die GTA Suckballs, aber richtig. Ja. Da kriegst du nur ein Laserschwert, wenn der dich anquatscht. Ich würde ihn nicht anquatschen. Oh, ein Lamer. Oh, ein Lamer. Guck mal her. Guck mal her. Das kackt wieder für uns. Hm. Schade, war ich nicht schnell genug. Lamerama, komm her. Schnell, sie schwimmt auf einmal, Alter. Baywatch-Tante hier, Junge. Jetzt geht's aber los. Meine Vorfahren waren Fische. Meine Vorfahren waren Fische, Junge. Explodiert gleich das Video. Ja. Gleich ist es vorbei. Dann haben wir einen Rift, wenn du magst, bringen wir da rein. Ja, komm. Let's go up on the Rift. Wohin geht's? Mach mal auf den Aal. Mega City? Ja. Mega City auf dem Turm. Schauen wir uns auf den da? Ich versuch's. Ich bin drauf. Boah, knappe Sache, Alter. Boah. Knappe Sache. Ui, dead move, ey. Holy shit. Dead move. Dead Zöpfe. Ich bin ein Duos. Glaubst du, warum das mit der her? Ja, richtig. Ich bin jetzt auch nicht verstanden. Ja, weil ich hier immer beschuldigt werde, dass wir im Kreis laufen und ich dann immer schuld soll. Ja, wir laufen auch die ganze Zeit im Kreis immer. Ja, aber ich bin doch nicht schuld. Du läufst mir auch hinterher. Komm mit her runter. Hopps. Merkst du was? Zack. Zack. Hier ist gelootet. Hier war jemand. Wir müssen hier weg. Ich hasse mega City. Die kommen raus. Was machst du denn? Ich laufe im Kreis. Wir kommen hier rauf. Zack, 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 zack. Oh, wir fliegen. Und ab die Grüne. Ich mach das gerne hier. Macht voll Spaß. Und auf die andere Grüne. Yay. Und dann wird geschossen. Und runter. Auf dich? Ne, hier. Da hinten irgendwo. Hm, achso. Nicht auf mich. Die Zone kommt. Die beiden in der Zone. Ich hasse dich, Worte. Wir fehlen, wir fehlen in Chromosomen. Ja, richtig. Sie haben genau 21. Das reicht. Das wird ja überbrechen. Da wurde jemand wieder geholt. Ne, da kommt jemand. Da kommt jemand. Zwischen uns hier. Da oben auf der links drauf. Über dir. Der schießt nach oben. Da ist auch einer sehen. Wenn jetzt hoch gehst und links rum guckst, dann ist er da. Hä, ist da die beiden tot oder was? Einen hab ich hier. Komm. Ist down. Da kommt ein Motorrad. Ist abgesprungen. Ist nicht mehr drauf. Kommt hier rum zu seinem Kumpel wahrscheinlich. Ah, da ist er. Geschützt. Vorsicht. Nicht runter gehen. Geschützt kommt. Mhm. Der geht zu seinem Kumpel. 100 pro. Der kommt auf der anderen Seite wieder. Andere Seite. Yes, bin down. Laufzone kommt. Das war's. Guck mal. Boah, das wird knapp, Alter. Ich hab noch Splashys, die hol ich mir gleich rein. Lauf einfach los, dann. Ja. So, und los. Schild und so hab ich noch für dich. Alles gut. Gut. Hier komm ich gar nicht durch. Guck mal hier auf deinen Lachs. Kriegst erstmal das hier. Und das hier. Ja, sehr gut. Denken wir mal später im Schlüssel. Ja, ich weiß noch nicht genau, wann ich reingehe. Können wir mal gucken. Schau mal. Aber nicht so spät wie gestern auf jeden Fall. Bisschen eher. Müssen wir mal gucken, was wir machen heute, ne. Ich weiß ja, so viel ist da nicht los, Alter. Irgendwie. Wo ist hier die Tür denn? Wo ist da? Hör mal kurz hoch. So, jetzt müssen wir jetzt zu. Hör mal kurz noch. Let's go. Ja, wo soll ich uns beeilen? Nehmen wir den gelben? Was? Nehmen wir den grünen hier. Ja, den gelben und wir gehen nochmal auf den grünen. So, warte. Warte, ich bin nicht. Ja, ich bin nicht. Warte, wie weit müssen wir denn bitte? Ja, wir müssen schon weit. Aber hier ist ein Pet. Kommt. Na, mit dem Dings hoch, ne. Hm. Mh. 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 Ja, die sind ganz oben, glaube ich. Mh. Sollen sie da sein. Wir bleiben erstmal hier. Mh. Oh, da wird auf mich geschossen. Da kam Schuss an gerade. Lass mal hier auf den Berg hoch. Ach man. Ja, wir können tatsächlich wieder zurück. Oder wir chillen hier erstmal kurz. Ja, da war noch einer. Der hat uns geballert. Ja, ich weiß aber nicht von wo. Keine Ahnung wo der war. Da gab es noch eine sehr lange gestimmt, das stimmt. Dankeschön. Die ballert sich doch nicht schön weg. Fünf Leute noch. Da stimmt aber auch keiner, ne. Ja, da. Doch, einer ist jetzt tot. Da ist einer. Ich seh nix. Siehst du die beiden? Nur wir am Rand hab ich gesehen, ne, kurz. Wir sind eh runter, ne. Wir müssen in die Zone laufen. Ja. Es sind jetzt nur noch... Vier. Ja. Die bin immer pro Mal da selber rüber. Ja. Ja. Unter die Brücke. Wo? Unter die Brücke. Unter die Brücke? Wo bist du denn lang gelaufen? Ich bin bei den Häusern, Alter. Ich bin links lang gelaufen. Ich werd beschossen. Oh Mann. Können wir nicht einmal zusammen bleiben? Ja. Du laufst immer weg. Wir sind doch eben noch zusammen gelaufen. Du bist doch hinter mir gewesen. Komm jetzt einfach. Komm. Ich werd kaputt gemacht. Ja. Ich bin doch hier. Ich bin gegenüber von dir. Du musst sowieso zu mir. Du laufst immer weg von mir. Okay, das schau ich nicht. Komm, wir müssen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Hä? Schwimmen, 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 schwimmen. Wir werden angeschossen. Ja, ich weiß. Ich muss trotzdem schwimmen. Ich bin im Wasser. Was war das denn für ne Aktion jetzt gerade? Jetzt möchte ich den Wecker hätten. Ach schön. Komm, stirb doch einfach, du Assi. Nice. Oben ist auch noch was gewesen, ne? Ja, hinter uns. Hinter uns. Die waren da oben am Haus. Komm mit. Zwei noch. Das sind die letzten. Oh, die Zone kommt. Das war nicht so schlau. Wird fast dauerne. Ich hab nicht mehr viel. Ist auch so schnappen. Komm mit. Mach mal hier ne Güte. Die sind hier. Ja, ist der Psychos auch. Ah, der. Ein Schwert. Da sind sie im Busch. Siehst du ihn? Der leuchtet. Hast du ein Geschütze oder so? Nein. Er kommt. Pixer. Ja, ich bin down. Nice. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Ah, zweiter. Schade. Oh nein. Oh, das war so unglücklich. Du bist gefallen oder so wieder, ne? Ich bin nicht gefallen, der hat mich mit seinem beschissenen Schwertmachter wieder weggeschubst. Achso. Der blöde Wichser war in eurem Wasser, komm eins machen wir mal. Machen wir noch eins oder dann gehe ich ins AP. So eine Scheiße Junge. Das gibt's doch nicht. Hätten das eher auf Empfehlung machen müssen. Ich glaub es war besser gewesen. Ja. Ich glaub schon. Ich glaube ja. Und die Zone? Wir waren noch in der Zone. Nein, waren wir nicht. Ist ja gut. Aber dieser Move von oben einfach runter zu springen, der war auch ganz nice. Was ins Wasser zu springen? Der hat mich schon beeindruckt. Der war geil, ne? Fick dich einfach, Alter. Manchmal muss man halt einfach mal ein Risiko eingehen. Oh Gott Junge. Manchmal muss es ein Risiko sein, weißt du? Ganz einfach. Manchmal. Wollen geht's? Wollen geht's? Wollen geht's? Wollen geht's? Gehen wir mal hier hin. Oha. Was ist das? Sanguine suites. Suites. Das ist wieder alles von mir botzen, ne? Ich hasse sowas. Oh, let's gooo. Du bist aber auch noch mit so einem Katten. Merkst du das eigentlich? Ja, sicher. Du auch. Selber. 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 Hätten das so machen müssen. Selber hat ihn schon aus, ey. Das ist aber nicht zu passen. Ich nenne dich jetzt auch noch Cognite. Was bist du? Was? Cognite. Wegen Fortnite und Cockburn. Cognite. Cognite. Ist das ne Einladung oder was? Oh, guck. Du kannst das so durch, oder? Du werd'n hier sicher gleich weggemacht, ne? Hier kam übelst viel runter. Wären wir auch. Ach, schön. Und die Bots sind auch noch hier. Hast du Bot-Probleme? Ja, geht schon. Fall da oben, du! Tschüss, Bot. Pimmel, Junge. Guck mal. Ach, schade. Ja, ich werd' schon von nem Spieler beschauen. Ich werd' schon fast down. Oh, schön. Oh, Mutti. Von wo denn, Junge? War ne tolle Idee zu spawnen. Über mir. Ach, da vorne war er noch. Das ist ein Safe-Wort. Safe. Safe. Ist das ein Safe-Wort. Wo ist die hin? Hinter dir. Da ist der Zweite. Hab' ihn. Die kommt. Die kommt. Die kommt. Die kommt. Die steht da. Von wo? Die kommt. Die kommt. Die steht da. Die besten Ansagen. Überhaupt. Ja, du bist auch nicht besser. Die kommt. Die kommt. Die steht da. Komm, eine machen wir jetzt noch. Die geht zu schnell. Meine Fresse. Ach, nee. Oh, das ist ne gute Cockney. Genau. Ich wünsche euch allen ne gute Cockney. Klingt nach ner Batman-Porno-Auskopplung. Oh, was ist mit euch alle? Meine Güte. Alles gut? Ja, ja, alles gut. Sicher? Hm. Ganz sicher? Ah, das hilft auch. Wie kann Irene, Irene? Eh. Was? Wieso? Was ist denn schon wieder? Ja. Ich hab nichts gesagt. Alles gut. Hm. Ich hab gar nichts gesagt. Hier. Hier. Easy. So, machen wir noch einen Versuch. Es wäre jetzt schön, wenn wir mal eins gewinnen. Du könntest dich auch mal ein bisschen anstrengen jetzt langsam, ne? Junge. Aber dann muss ich nämlich nicht jede Runde alleine hier carry'n oder wie das heißt. Genau, carry'n. Hm. Genau. Ja. Ne? Hm. Ich bin ein richtiger Hardtryer. The grind is real. Was ist denn der für ein beschissenes Kate bei mir? Schwitzer auf Lebenszeit hat dein Schild. Lull. Boah. Schwitzer auf Lebenszeit. Hekelhaft. Wir gehen mal zum Arzt, wenn du nicht so viel transpirierst, du Schwein, du. Schwein. So, wohin? Komm, wir gehen noch ein bisschen schleppen. Was gehen wir? Schleppen. 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 Los, los. Oha, da hinten hin? Da schaff ich nicht. Mal die Presse. Mal die Presse. Mann, ich weiß, dass man die die Freiharde nennt. Du Opa. Alter. Was ist mit dir? Ich habe sogar die Stimme für dich verstellt, damit du den Sarkasmus erkennst, du Affe. Gehst du aber richtig los hier. Alter! Ne, ich sag dazu gar nichts mehr. Das ist eine Frechheit, wirklich. Absolut bodenlos. Das ist wirklich. Ja, da flieht schon einer vor mir. Weil der dreht sich im Kreis, der ist orientierungslos. Irgendwas ist mit dem. 21er vermutlich, da kommt der zweite. Das sieht aber nicht aus wie ein Delfin. Das ist so ein Tanke-Rutter hier. Delfin-Play, Delfin-Play, Hoppy, Hoppy. Ich habe Pizza. Nice. Lass hinten in den Raum, komm. Hier hinten ins Kämmerchen. Komm. Natürlich. Komm rein hier. So, auf den Boden, hopp, hopp. Geil. Heils lecken, Junge. So, let's go. Auf zu lachen. Das ist ernst hier. Ich schnurze. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Da steht schon einer auf der anderen Seite im Haus drin. Ja, ich geh. Der ist fast down. Au. Oh, da liegt er. Guck mal hier. Da hat er aber noch Schrotzer einfach mal ins Haus reingeballert. Guck mal her, du Fixer. Danke, dass du das für mich gesammelt hast. Ich bin da mal sauer. Wo bist du hin? Oh, Hilfe. Bist du im Gebäude? Mhm. Für Fortnite. Genau so ist es. Ja, mach wieder die Wände kaputt hier. Wir sind von einer Baufirma hier. Wir wollen hier umbauen. Kommst du klar oder was? Nee. Nee. Komm gar nicht mehr klar. Auf gar keinen Fall. Oh, ich bin auf dem großen Dach drauf. Hä? Ich bin auch in der Truhe auf dem Dach. Mensch, guck mal her. Was ist, wie das läuft? Oh, Geschützturm. Den snacke ich mir doch mal. Da hinten ist Action da, bei den Bots hinten. Da sind übelst viele Ausrufezeichen im Start. Komm, wir werden da... Ich hab kein Sturmgewehr oder so. Ja, komm mal ran hier. Komm jetzt mal ran hier einfach. Unter uns sind die am Schwimmen. Vor mir. Streitet euch doch nicht, Jungs. Jetzt hab ich keine Muppe mehr. Ich hab keine Muppe mehr. Ich hab keine Muppe mehr im Zoo. Müsste mich da jetzt voll ein. Mein Geschützturm wird geschossen. Hast du noch einer im Leben? Nee, gegenüber irgendwie. Ja, andere Seite oben schießt ja. Müssen wir auch. Ja, der ist ganz hinten drin. Was? Ja, nicht so wie du magst. Halt doch mal die Fresse, wirklich. Hier ist noch einer bei mir. Das hinten drin meine ich nicht. Hier ist noch ein Nosekin. Ich hab ihn. Nosekin, Posse. So, wo ist der Typ? Wer schießt denn hier die ganze Zeit? Tine, wupps. Sie macht auf Tine Wittler. Sie dekoriert nur. Ey, ich bin nicht Tine Wittler. Dann springt noch einer. Oh, das ist ein Bot. Ja, der trifft auch nicht. Wenn man auf dem Dach läuft noch einer. Wo ist dieser zreckige Bot, der die ganze Zeit schießt? Das nervt. Das ist kein Bot, das ist ein Spiel da unten. Was? Wollah, ist das ein Bot, Junge? Ja. Kleine Nummer Wache war das. Stand da. Oh. Die Jamie will kommen zurück. Warum ist ein Bot auf dem Dach? Ja. Ja, egal. Oh, die nehme ich. Was ist die Waffe? Die, die, die mehr. Hab ich schon. Mehr brauche ich nicht. Ich habe alles. Hm, ja. Ich auch. Na? Bots. Nee, Spieler. Oder? Nee. Nee, das war ein Bot. Weil der Botchef da. Komm, wir gehen weiter. Wir haben eh genug. Brauche ich nicht mehr sammeln. Den will ich noch weg snacken. Aha. Das ist ja ein Geschütztambil, der nicht mitgenommen ist, Idiot. Wir müssen eh hier lang. Mann ey. Gott sei Dank, ey. Ein Jahr Ruhe. Ein Jahr Ruhe? Echt? Muss man, so wenig muss man kommen? Komm, ein Auto. Komm, ein Auto. Junge, wie schießt ihr denn alles daneben oder was? Was ist da denn los? Ja, auf jeden Fall. Der ist wohl nach links weg. Der kommt sicher gleich in der Ecke, ja. Links, links auf der Brücke. Um Geländerwache gerade. Oh. Lass mal hier das Ding nehmen. Ah, der ist er. Der ist auf der Brücke. Ah, der läuft nach rechts weg, ja. Sollst du nach rechts weg wieder? Ja, der ist wieder sich um den Bot gelaufen. Der hat nur gewartet, dass wir wahrscheinlich drüber laufen. Toll. Vermute ich. Dann gehen wir wieder rüber. Motorrad hinter uns. Hier kommt ein Moped. Ausgestiegen. Laserschwert, auf geht's. Der hat den Truck genommen. Ist gut schön, ne? Der ist weiter gefahren. Scheiße. Der bollte sich mit dem Auto. Hm. Kann man die rausschießen aus den Autos eigentlich? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Oh, die sind auf jeden Fall weg. Hm. Hm. Naja, so ein bisschen Muni wäre schon nicht schlecht eigentlich. Was brauchst du denn an Muni schon wieder? Äh, mittlere. Mittlere. Kann ich dir nicht geben, weil... Na gut, kann ich es doch geben. Komm her. Okay. Komm her mal. Komm her mal? Ja. Vielen Dank. Ich bin gleich direkt in die Funktionen. Jetzt haben wir die Kelle-Pazze bestellt. Nice. Hör doch auf. Nein, du musst sowas jetzt nicht erzählen. Das ist so gut. Nein. Aber sie hat es verdient. Wer hat die Pizza? Naja. Ach so ein Arztbesuch. Hey, hey. Boah, holy shit, Alter. Gesundheit. Ist das so ein Frauending oder was? Nach dem Frauenarzt erst mal die Pizza reindrücken? Naja. Braucht man das, ja? Man fühlt sich verletzlich. Okay. Ich frage ja nur, weißt du, es gibt ja fünf, weiß ich nicht. Ich war seit vier Jahren nicht mehr, also von daher, ich kenne das Gefühl, es geht nicht mehr. Ich war noch nie mal Prämienarzt. Die Haftrauen sollten jedes halbes Jahr eigentlich gehen. Eigentlich. Eigentlich? Und warum nicht? Eigentlich schon. Weiß ich nicht, vergessen? Vergessen? Ja. Ich muss Fortnite zocken. Ich habe keine Zeit. Du sollst es mal wieder machen wahrscheinlich. Links. Links. Obstein. Oh, der haut mich weg, der haut mich weg, andere Seite auch noch. Ne, ne, alles gut. Andere Seite ist auch noch, hast du ihn? Nein, noch einen Shot, dann ist er durch. Der hat mich, Alter, Wichser. Ja, Schmottflinte. Wieso pusht die mit so wenig Life? Ja, toll, jetzt hat er auch wieder Schild. Ja, jetzt kriegst du es von allen Seiten, ach geil. Ja, von der Seite habe ich auch schon, der ist dauernd. Rechts links, ja, überall. Ey, ich krieg's. Naja. Naja. Gut, geh mal lieber ans AP. Was willst du machen? Ich weiß, was man da machen hätte können. Ja, du bist rum. Ja, genau. Du hast gesagt, er braucht nur noch einen Schuss. Ja, aber ich hätte doch nicht gedacht, du pusht da jetzt vor wie so ein Wild gewordener. Ja, oder genau. Wenn du kein Leben hast. Ist, wie es ist, Alter. Ist, wie es ist. Gut, dann möchte ich mal die Überschrift ändern gleich. Make it to mir based. 2-3. OK. 2-3. 3-3. 4-3. 5-4. 0-7. 5-4. 5-4. 5-6. 5-4.